Okay Leute, das mit den Bären dauert es ungefähr 12 Stunden, habe ich nachgeschaut, für eine Hommelbäre. Ähm, deswegen müssen wir einfach nur warten, ne? Oder ich muss warten, ihr müsst ja nur zuschauen. Und zwar, ja, ähm, was steht als nächstes auf der Liste? Latias. Das, deswegen holen wir uns jetzt Latias. Latias ist sehr schwierig zu fangen, da Latias ständig durch die Region herumläuft und umfliegt, etc. Ähm, deswegen müssen wir es begegnen. Damit wir es begegnen können, müssen wir die Superschutz einsetzen. Weil der Superschutz hält alle Pokémon, die nicht Latias sind, davon ab zu erscheinen. Jetzt durchsuchen wir mal die Routen nach Latias und verbrauchen unsere Schutz nach und nach. Ich mach das in Speed, damit ihr euch nicht bohrt oder langweilt oder wie man das auch nennt. Okay, hier ist kein Latias. Oh, ich fang mal schnell ein Latias. Okay. Oh, ich dachte, das wäre Latias, weil es groß aussah. Ist aber nur ein Absol. Ist hier ein Latias? Nee. Hier ist auch kein Latias. Oder Latias? Keine Ahnung. Moment, ich schau schnell nach, bis gleich... Wobei, ich kann es eigentlich jetzt machen. Nee, ich mach es nicht zu... 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 Ich tue es zuschneiden. Bis dann. Servus. Okay, Leute. Anscheinend will Latias nicht. Hm, ich hab es schon in jeder Route gesucht, wo es auftauchen könnte, aber ich hab es nicht gefunden. Ich probiere es einfach mal weiter. Wenn nicht, fangen wir die Regis und versuchen es später nochmal. Also dann, bis gleich. Beziehungsweise vor Latias oder... ähm... bei den Regis. Ciao. Okay, Leute. Es kommt Latias dran. Nun zur Information. Ich werde jetzt 10 Minuten nach Latias suchen. Wenn ich es bis dahin gefunden habe, lasse ich das jetzt gut sein. Und... Ja... Und das Latias mal aus. Und... Dann fangen wir jetzt an. Die 10 Minuten beginnen jetzt. Okay, ist nichts. Ah, und hier sieht man das Militek gleich in dem Kampf. So. Noch eine Route. Absol. Okay, Schutzverbrauch. Nächster. Ich lauf jetzt mal quer durch die ganzen Routen rum. Und versuche es zu ver... äh, zu finden. Kreuz und quer. Macht nichts. Wir haben genug Superschutz. Hm. Okay, weiter geht's. Hier ist noch was. Mirabla... Mirabla... Ich hab keinen Superschutz aktiv. Okay. Zack und zack und zack und zack und zack und weiter. Weiter ins Gras. Gas! Nein, nicht Gas, Gras. Gas! Nein, nicht Gas, Gras. Ungefähr so hab ich's dann vorhin gemacht. Ich bin einfach quer rumgelatscht. Es ist hier Latias, Latias, Latias. Puh, 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 puh. Wus gar nicht, dass die Kekleons auftauchen. Hier muss doch eins auftauchen, oder nicht. Es ist aber gut hier. Lass mal Militek alone. Oh, da oben. Dann noch... Oh, da haben wir Garot, das ist dabei. Weylord, aber... Ja, Weylord kann mir auch stärker beibringen. Ah ja, ich hatte heute meinen letzten Schultag, also wirklich letzten, mit Abschlussfeuer. War echt gechillt. Ja, ich werd die meinen Klassenkameraden vermissen. Nee, die waren echt super. Ja, falls einer von euch aus meiner Klasse stammt, dann... Ja. Dann will... Dann... Ähm... Dann... Sag ich euch alles... Ja, dann sag ich euch herzlich grüße. Ich wollte schon alles Gute sagen, aber ihr habt ja nicht Geburtstag, ne? Äh... Willkommen im Tunnel der blinden Hühner. Warte, 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 warum geht's da nicht weiter? Was, jetzt so weiter? Hä? Was? 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 Was ist denn das für ein Billigschutz? Okay, jetzt ist kein Latias. Leider. Jetzt aber. Zick zacks. Fünf Minuten nur noch. Fuck. Okay, jetzt fliegen wir. Soll man zwar nicht machen, wenn man Latias sucht, aber... Wir haben hier dieses Area schon erforscht, außer hier natürlich. Aber jetzt ist wahrscheinlich Latias wieder an komplett anderen Punkt. Flüss. Uff. Flüss. Und... Flüss. Zick. Wind. Schlupp. Schlup. Schlup. Zick. Okay Sick Was? Alter, ich hab doch ein Rad Willst du mich verarschen? So, hier hast du dein Rad Alter Nervenbeutel Da 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 Ist hier grass? Ah Verpool Ah, da, Klenstein ist erschienen Da, 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 da Kamau Schutz wirkt nicht Oder? Nein, kurz, war Nein 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 Ah Die letzte Minute läuft, Leute Nein 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 Nein. 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 Ja. Okay, dann fangen wir es. Bis gleich. Endlich, wir haben Latias begegnet, jetzt können wir es fangen. Und da ist der Meisterball, und schwupps. Er ist ziemlich sicher gefangen, weil Meisterball hat eine Fangchance von 100. Und da wird es. Latias ist sehr intelligent und kann die menschliche Sprache verstehen. Es ist mit gläsernen Daunen bedeckt. Okay, ihr müsst mir keinen Kommentar schreiben, Leute. War es nur so klein? Nur 1,40. Ist er so groß wie ein Drittklässler. Möchtest du für den Latias einen Spitznamen? Nein, möchtest du nicht. Da ist Latios viel größer. Schauen wir es uns mal an. Endlich haben wir uns gefangen. Wir gehen gleich nach Flussbrunnen, dann können wir gleich Raghig-Quarzer machen. Okay. Und hier ist Latios. Hat die Fähigkeit Schwebe vom Typ Drache und Psycho. Unsers hat das Wesen Scheu. Gefangenen Route 123, Route 123. Wertemäßig ist es ziemlich auf Spezialwerte fixiert. Und Geschwindigkeitsangriff hält es wenig davon und Verteilung genauso wenig. KP sind es okay. EP-Punkte nur 80.000 bis 42.000, das geht eigentlich. Die Attacken, Nassmacher, scheiße. Heilung, scheiße. Da haben wir die Spezialattacke Nebelball und Psychokinese. Ja gut, Nassmacher, keine Ahnung warum das die Attacke kann. Haben die Macher wohl einen kleinen Scherz erlaubt. Heilung. Ich weiß nicht, es ist zwar gut die Attacke, aber ich glaube nicht, dass dieses Pokémon Statuswerte bekommen wird. Sagen wir es so. Zu dem, dass er legendär ist. Also wer will schon ein legendäres Pokémon mit Statuswerten schwächen? Wenn einer es angreift mit Statuswerten, dann hat er keine Ahnung. Dann wird man höchstens auf Angriff spielen. Also wenn man das angreift. Nebelball ist die Spezialattacke, senkt den Spezialangriff. Das ist eine gute Attacke für Latias. Und genauso wie Psychokinese. Kann man gut kombinieren die zwei Attacken. Weil Nebelball den Spezialangriff senkt. Und Psychokinese die Spezialverteidigung. Okay. Ähm, Nassmacher, ansprechende Vorführung. Heilung kann verhindern. Also ich kann dazu nicht so viel sagen, weil Pokémon Wetter ist eigentlich nur eine Nebensache. Okay. Okay, das war Latias. Moment. Und jetzt fangen wir gleich... Äh, Rayquaza. Bis gleich, Leute. Und ciao.